Hallo zusammen, mein Name ist Rudolf Lang und heute zeige ich euch, wie man das Vlies mit dem Alsan 770 in der Fläche einbettet. Die Vorbereitungsarbeiten und Grundierungsarbeiten sind schon gemacht und wir können beginnen, das Harz anzumischen. Bei der Dosierung des Katalysators ist auf das Datenblatt zu achten. Nun werden zwei Drittel des Abdichtungsharzes auf der Fläche vorgelegt. Es ist darauf zu achten, dass das Material gleichmäßig auf der Fläche verteilt ist. Anschließend wird das Vlies eingelegt und angerollt, um eventuelle Lufteinschlüsse zu vermeiden. Im nächsten Schritt kommt die Deckschicht. Innerhalb von 20 bis 30 Minuten ist die Abdichtung regenfest. Bei Fliesüberlappungen ist immer zu beachten, dass wir mindestens fünf Zentimeter Überlappung haben. Die Verbrauchsmenge liegt bei 2,5 Kilogramm pro Quadratmeter und das Vlies muss auf jeden Fall gut getränkt sein.